Displate überrascht uns mit einer ersten Trilogie einer Ultra Limited Edition namens La Kessis und wir sehen da aus der griechischen Mythologie eine der Meuren, welche den Lebensfaden in den Händen hält. 300 Exemplare wird es geben mit goldenem Glitter, was auf der Größe bestimmt sehr gut aussehen wird und da unten nochmal die Bestätigung, dass es ein Set bestehend aus drei Ultra Limited Editions sein wird. Mir gefällt es gut, wobei ich hier sagen würde, mir hätte es besser als M, als normales Limited Edition Display gefallen. Ich bin echt mal gespannt, wie das auf diese Größe wirkt. Ein Video gibt es leider bisher noch nicht zu sehen und ich kann mir noch nicht so vorstellen, wie auf diese Größe drei davon nebeneinander aussehen werden. Das wird auf jeden Fall eine spannende und teure Sache werden. Ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Ich denke, das könnte was werden. Lassen wir uns überraschen nächste Woche. Das soll es schon gewesen sein. Danke für eure Unterstützung. In der Beschreibung könnt ihr schon das Display einsehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!